Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin heute in Hamburg. Mein Bruder, der hat heute eine Hörbuchvorstellung von seinem eigenen Buch. Und da werde ich euch mal mitnehmen. Ich bin da heute als Videograf gebucht und bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das wird geil. Also viel Spaß bei dem Video. Ich bin hier im Michael-Naujoks-Vlog. Ihr seid im Michael-Naujoks-Vlog. Das ist der original Michael-Naujoks. Ja, das ist das nämlich. Michael-Naujoks. Michael. Ja, hier treten die Jungs heute auf. 2-5-3. Euer erster Gig, oder? Ja, irgendwie schon. Da sind wir irgendwo in irgendwas reingeraten. Was geht? Darf ich vorstellen? Dein Blog oder was? Ja, das ist Paul, mein Bruder. Für die, die ihn noch nicht kennen. Der Paul ist unwichtig. Der ist irrelevant. Der ist hier heute nur Veranstalter. Lass. Komm, lass. Also ihr müsst übrigens wissen, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was genau heute abgeht. Also Paul hat ja einmal seine Hörbuchvorstellung. Wie heißt der nette Herr, der hat es vorliegt? Der Herr Sascha Drager, Alter. Tim von TKKG, Alter. Und dann sind nachher noch ein paar Auftritte. Unter anderem von 2-5-3. Schneid's raus. Schneid's raus. Michael, das wird hier. Das ist eskalierter. Ähm, Lesung bin ich bisher aufgekriegt. Die Party wird geil. Wir dancen. Ähm, wir sind so viele Leute mit so wenig Verantwortung. Das heißt, wir können uns alle eine geile Party machen. Ja. Das wird super. I doubt it. I doubt it. Das muss noch ein bisschen aufblieben. Wir brauchen Kohle. Wir müssen uns unser Spotify-Supportieren. Zum einen interessierte mich seine Genitale-Beschaffenheit nicht. Zum anderen checkte ich, dass dies kein Du-bist-trans-ha-ha-Gespräch, sondern eines unter Männern sein sollte. Zum anderen checkte ich, dass dies kein Du-bist-trans-ha-ha-ha. Wir müssen sich auf Joey-Supportieren. Da leute ich halt jetzt nicht sterne fliegen vorbei. Jetzt hätte Zeit gar nichts wert. Alright. Alright! Wir wollen uns spielen zur Party, weil ich war auch diesmal. Wir wollen uns weiter die Lüge-Supportieren. Wir gehen auf die Party, unsere Tracks sind schon bekannt. Wir gehen zur Chance, die sie vergeben. So siehst du nicht die Farbe, wie sie jeden Morgen blüht. Ich hab mir auf den Platz, ich mach Ellenbläden. Irgendwie sie mir gefällt. Und wenn's mir nicht gefällt, ja, dann ändere ich mir meine Welt. Oder lenke mich an der Nähe und hast du mich am meisten Tick. Es geht um das immer wiederbewusste. Auch wenn du sie wusstest, wie du was besser sagst oder mein Verwusste. Denk dir gibst, auch wenn du dich da fragst, wird's dir bewusster. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.